iCarly, eine Sendung wie keine andere. Und bald heißt es für die iCarly Gang Abschied zu nehmen. Wer kommt am Ende zusammen? Schaffen es Sam und Gibi in der letzten Webshow? Und wird die Ankunft von Carlys Dad alles verändern? Lasst ihr die letzte Folge von iCarly auf keinen Fall entgehen. Ciao Carly, demnächst. Nur bei Nickelodeon. Bis zum nächsten Mal.